Ja, wir aufschubben auf jeden Fall schon 10 mal verrückt bei uns. Ja, wenn Fabi nicht jetzt ein Wasser reinkippt. Ja. Warte mal, Marnie wird ja wohl vermutlicherweise nicht zuhause sein, oder? Nee, sie ist gerade weggegangen. Wo weggegangen? Ja, in Richtung Stadt, so wie immer. Achso, ja, dann ist in der Kneipe. Ach, wenn dann alle, vielleicht gleich alle in der Kneipe sind, mach ich nochmal eine Kneipenrunde. Ja, das ist eigentlich schlecht, ne? Am Wochenende sind eh die meisten in der Kneipe. Hm. Ja, ist in der Kneipe. Meine alte ist sowieso in der Kneipe. Ja. Die Arbeitst du da? Ja. Deswegen hast du was da. Ja, noch arbeitest du da. Noch. Noch. Ich weiß gar nicht, arbeitest du dann immer noch da? Ja. Ja. Aber ihr wisst schon, dass wir bald Shane arbeitestlos machen, ne? Ja. Weil der im Yoja-Mart arbeitet. Ha. Neiiiin. Egal. Nicht mein Problem. Das weißt du. Recht gehabt. Du musst halt durch. Dann soll er woanders arbeiten gehen. Ja. Guck. Ich hab grad keine Hacke dabei. Am Strand waren grad Würmer. Okay. Hast du eine bei Flash? Klaro. Eigentlich brauche ich momentan den Platz. Wo denn? Wo sind die Würmer? Direkt beim Eingang. Ja. Ja. Hat sich auch gelohnt. Dreimal Lehm. Lohnt sich doch irgendwie. Ja gut. Mit dem Lehm kannst du ja. Und glaub ich. Verfeinerten Quarz und Stein. Da kannst du ja so einen Gartenpott herstellen. Genau. Einmal Lehm. Zehnmal Stein und einmal Quarz. Normalerweise kannst du eigentlich. So keine Ahnung. So ein paar herstellen. Und tust du im Haus jede Saat einmal rein. Mhm. Hello Kneipe. Oder das was du halt kochen willst ne. Kannst du auch da rein machen und dann. Kannst du da. Kannst du da. Ja gut das mit kochen. Aber schon teilweise ein Treibhaus drinnen. Julius ist ja gar nicht da. Was ein Arsch. Alleine. Jetzt kann ich was sagen. Das Rezept. Ähm. Nimm so ein komisches Rezept mit Aubergine. So viele sind ja gar nicht in der Kneipe. Ne. Du meinst Aubergine Parmesan. Aubergine und Tomate. Ja. Ich glaube das war das. Da ist ja gar nicht viel los. Oh. Ich weiß nicht. Daher gewarnt. War ja oben in der Minenkiste noch irgendwas gewesen. Ne. Oder in der Minenkiste. Ich glaub ne ne. Da ist schon alles raus. Nanananananananananaana. Ja. Morgen heißt es ja eh nur alles platt machen. Wenn überhaupt. Warum platt machen? Naja auf dem Feld. Was da doch irgendwie... ...nicht von alleine weg geht. Die Weinstöcker und so. Die werden schon von alleine regen. Wie Linus einfach jeden Tag Am Spa steht und am Spannern ist Da ist keiner Ja, aber da steht jeden Tag da Vielleicht wartet der, bis du da rauskommst Nee, bis du kommst Er steht auf mich Ja, guck, morgen brauche ich Obwohl, wenn ich morgen schnelle Runde kriege Wegen den ganzen Geschenken geht's eigentlich In der Fischkäste ist ja noch alles drin Ja, ich hab das noch nicht gemacht Hättest ihn doch nicht Ist mir auch grad wieder eingefallen Hättest ihn, Fabi, doch nicht Die untere oder der obere? Die untere Hast du das gesehen? Gesehen? Dass ich das Schild wieder geändert hat So, wie immer Wir haben auch noch mal zwölf Melonen in einer Kiste Schmeiß ich jetzt auch einfach rein, ne? Ja, mach mal Soll ich, warum wir Melonen noch haben? Oh, hier haben wir noch die eine ganze Feldkiste Was man so zwischendurch findet Noch, Leute Hi, Fabi Ja, mein Gott, dann bleibst du halt da Ach, die Pension Noch nicht Das hab ich gar nicht gesagt Die Pension Ich geh auch noch nicht Ach, Fisch wahrscheinlich schon, oder? Was? Nix schon Abby Hi Abby Also ich bin nicht umgekippt Ich auch nicht Keiner Hofarbeit, ehrlich? What the fuck? Hüftig Aber Vicky, eine Hofarbeit will Vicky extrem Ja Alter, 17.000, gib ihm Da werden aber die Kürbisse Ja, die Kürbisse, war klar Eisebären Boah, das helle Bier 40.000 Tacken Ja, waren 97 Stück Wollen Ist schon was Feines So viel Geld zu haben, ne? 364.000 Da klingelt die Kasse Jetzt so wirklich Hat noch einer Level ab? Ne, ne, ich guck gerade noch Ne, ich guck gerade Ach ja Haben wir ja wieder ein bisschen Geld, ne? Bisschen Tag eins im Winter Abby Abby Ich hab gebratene Pilze bekommen 30 Seegut 30 Fische Äh, 30 Hummer meine ich Also Flash, mein Essen, was ich bekomme, gibt plus zwei Angriff Was kriegst du so von deinem Salat? Ähm, ich hab gerade eine Sternfrucht bekommen Hm, sieht man ja auch nicht, ne? Hehehehe Ich hab jetzt 440 Energie So Ich hab was Borscht es da Komisches Brötchen von Shane gelernt Abby Ich kann es jetzt herstellen, ja? Hat dir was in die Kiste da getan? Hat Holz 4-5 Hartolz Ich habe etwas Neues Man nennt es den automatischen Greifer Manni Automatischer Greifer, Mann So ist das sehr Ich kann den jetzt auch Das Schiemi gerade von Linus bekommen Ich brauche einmal Hartolz Stechfarm Mit ihr Einsen, ne? Nein Oh ne, nochmal Hartolz so oder so Allein wegen der Ölpressen eins Oh, die Bäume sind glaube ich ganz fertig Die sind zu hoch Ja, beim Winter werfen die nichts ab Hallo Das heißt, wir müssen wirklich noch bis Frühling warten Bis wir die Situation fertig haben Ich liebe so ein Zeugs Ernsthaft? Danke Ich habe erst mal nen Amethyst gegeben Den ich gefunden hatte bei Slime-Skillen Diamant ist fertig Diamant Diamanten, muss man sagen Bei mir ist das nur ein Diamant Tschüss meine kleinen Schleimfreunde Guck, die ganze Saat ist ja weg Deswegen Ich frage mich echt welcher Baum fehlt Und es wird bestimmt hundertprozentig der Apfelbaum sein Ich hab da sowas von im Urin drin Ich hab da sowas von im Urin drin Lassen sie jetzt schon den Saat In der Saat kaufen und ins Haus reinpacken Nein Da wird jetzt geguckt welcher fehlt Mach das Abi du musst da jetzt durch Ich weiß Ich hab kein Problem damit Hä? So, Marni sagt Ja, um neun ist der Laden geöffnet Da ist die alte nicht mehr da Da wird es auch wieder am Montag Mhm Ja, um neun geschlossen Da geht es doch zum Pierre Ich vergiss das jedes Mal Aber die Bäume sind wirklich so groß Nur die oberen erstmal Ahja Geil Und gestern war die Tante mit dem Wagen Und ich hab gestern gar nicht nach... Warte, die Winterfrucht Hm? Ich hab nur eine Winterfrucht gefunden Drei brauche ich noch Dann kann ich ein paar holen Yay Das ist doch die blauen, ne? Genau Dann kann ich Wintersaat machen Dann kann ich auch im Winter Geld verdienen mit Früchten und so Okay Ich mag ja nur noch einen Herz Ich glaube ich zwerg gleich auch nur noch einen Oh Groß im Auge Alter Nein Nein So Oh Wenn wir doch mal mit Oh, hier die Weintrauben weggepackt, man Man mag noch Weintrauben Oh 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 also diamant ihren bauern kürbisch hat mayonaise und wilder mehrere probos dann sehe ich mal du hast mein geburtstag was habe ich verpasst noch mal nach hause es ist echt gut so um dieser zeit gleich in die wüste zu fahren nicht nicht Äh ich hab vergessen! Muss auch zu Robben! Nein ich brauch nur einen Harthold! Oh ich hab vergessen Harthold zu farben! Aaaaaaahhhh Gaaaaaaahhhhh Egal! Haha... Mach ich dann gleich! Hahaha! Fabi! Hahaha! Haha! Ne ich will wenigstens euch noch schnell die Hütte in Auftrag geben wenn ich das schaffe und in zwei Stunden schaffe ich's nicht! Morgen hat's wieder Frauenfitness! du schaffst das schon wo bist du denn gerade Fabi? ich renne gerade zu dem wald ach wenigstens nur eins was mir in die anderen überlässt ich bin auch noch nicht fertig also hör auf hier also jetzt will er einmal die dinge durchziehen die er noch gar nicht hat ja dann wird er gleich zum kampfschwein hier macht hier kampfansagen ey jetzt wollte ich rausholen musst du auch mal treffen hören hm ich weiss mach ich mal dein Leben hauen ey ich glaub's ja läuft bei mir immer ja du wirst hier bober sitzen hm? du wirst hier bober sitzen von wem? uh ich bin grad eigentlich vorbei geritten ja ich weiss still und heimlich ne schnee süß getoffel aufgeben brauche ich neu hier hier esse ich gleich auf ne hat 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 ich und mein holz du ohne gesicht so fertig ja geil sehr schön aber ich kann dann auch Kinder quicken ich weiss gar nicht wann du das erste Kind kriegst ich auch nicht genau googeln wiki wiki wenn der Spieler in guterziehung zuhelfe und und ja bitte ich bitte ich bitte ich bitte sieben tage feiert besteht die Chance um 5% bla 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 muss ja halt echt so dass dann mehr wir mal wieder sind nach dem schnee kokos wo bist du in deinem zelt da war man kuschelig steht bestimmt immer noch ein paar rum ne da war ich eben ach so wenn irgendeiner kind kriegen sollte oder wenn es geboren wird keine aufträge abgeschlossen werden weil es könnte passieren dass das event einfach ganz täglich übersprungen wird und weg ist ich habe mich schreie linus ein zwei spots von ihm an seinem zelt und oben beim spa da sind egal da wird er noch nicht beschenkt ja das macht es was hatte ich jetzt vor also nicht also krobos schlimm krobos ja krobos noch beschenken krobos hallo wir haben jetzt halb drei mhm das ist echt schon gruselig bei diesem spiel ja oder vor allem wenn du immer denkst dass du dich schon viel länger hast oder viel später schon hast ja okay denken tue ich sowieso nicht ne das stimmt ach scheiße ich wollte mein schneidbruch doch aber ist ja auch nix neu ein für 20.000 eine sternfallbruch klar nein sicher 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 kauf fabi kauf kauf fabi kauf ich bin schon wieder weg da ach komm zurück und holen gimme nein ich habe sie doch auch gekauft ja ist okay 440 energie ja ich habe 372 ich auch 10 ok 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 ja das könnten wir eigentlich machen ja ja was ich werde morgens was Geld ausgeben also wie immer na Werkzeug upgraden ja ja weißt du das eigentlich wahrscheinlich 5 barren ne irgendwie irridium barren oder was Nee, nee, keine 5... Iridium Waren habe ich keinen, habe ich nur noch einen. Aber ich wollte die 155 Gold Waren irgendwie wegkriegen. Ich habe mir überlegt, auch die jetzt die Tage mal einschmeißen. Ja, was weg ist, ist weg. Aber ich will überlegen, ob ich die Axt wegknatter oder die Hake habe. Ich glaube, ich weiß, die Hake. Knatter, Knatter? Naja. Mal gucken, wie lange das dauert, bis sie das letzte herz... Ordentlich lange. Kauf dir Blumensträußern, schenkt ihr... 10 und 20 Blumensträußern, dann bist du fertig. Wieviel? Du kannst ihr mehrere Blumensträußern hintereinander schenken, das gilt nicht als Geschenk. Darüber steigt das trotzdem. Okay. Ja. So ein Straßkasse bei Pia 200. Ein Laden hat die Zucker. Leute, hört mir gut zu, ihr braucht ein Kinderzimmer vor ihr Kinder haben könnt. Ja. Top. Gut, dass es Leben vom Land so eine gute Nachricht mir gibt. Mhm. Das ist super. So Linus, habe ich jetzt eine Sendzeit gefunden? Ja, das ist ja auch spät jetzt, ne? Ja. Hallo. Bambambam, babalababa. Aber man kann ernsthaft hier in den Kinderbetten oben schlafen? Nö. Voll Lust. Hallo. Hi. Komm, Lea, schwing deinen Arsch dahin. Ich komm mit dir schon ins Bett. Na. Ich hab nicht mehr zu tun. Ich wollte dann gehen die Mine, aber... Eigentlich. Dann hast du wieder das und das gehabt und das und das und das und dann... Nein. Wieder am saufen. Weiß. So. Ich hab's geschenkt. Ab nach Hause. Dein Scheiß ernst, dass ich hier nicht durchkomm? Hast du die Sesslinge super gesetzt, sorry. Du kennst einfach nur falsch. Mhm. Habe ich ihn jetzt noch nicht bescheiden, dein Flücht. Ja. Ach, Luis. Du kommst jetzt mal wieder nicht besitzen. Oh. Treibt sich auch sonst wo rum, ey. Irgendwo um nirgendwo. Centus macht das richtig froh. Fingernpoo, Mexiko. Centus macht das. Ja, pepepepe. So, zwei von drei. Ja. Ich hab grad noch mit meiner Frau im Bett gequatscht. Äh. 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 Ong hat Linos Geburtstag. Äh. 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 Leute. Mal, mal. Gibt's nicht im Fernsehen. Wahrsager. Oh, heute neutral gesinnt. Willy. Ich hab kein Glück. Mimimimimiっていうくào! Mimimimi. Mich muss immer noch mitmachen! Mimimimi. Mimimimi- mach mir mal Bescheid, Christian, 국민. der herzen hat dann kann ich noch das regentrote mal einfach mal zünden ich habe von jane paprika poppa bekommen und von robin kürbissuppe aber nicht mehr soo ist kürbissuppe und paprika poppa einmal peperoni und einmal käse scheiße käse ist ja weg ja irgendwann irgendwann haben wir ganz viel käse irgendwann irgendwo kriegst ich da vielleicht den finger in den boh kürbissuppe einmal kürbiss einmal milch oh ist auch nice nee ich stink dann wenn stinky macht es nicht schön dachte das magst du danke spiel dass du mich so verarscht hier deswegen brauchen wir die nächste stahlstufe war das automatisch wird dann ja da muss es kostet in uralten samen bei den daraus krieg ich einen anfall du bist ein anfall du tust einfach nur knobeln auch rein das kriegst du uralten samen ja why 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 nur zu dieser jahre zeit finden die schweine auch keine truppe das ist echt nervig ja wir werden gleich nach dem tag gerne pause machen ja eigentlich gerade eine whatsapp bekommen habe kleiner mann ist auch ein kleiner mann ist auch ein kleiner mann ist auch mein dach muss ich ihm auch da sein mhm voll geil ich musste ihm auch da sein mhm so hattest du noch eine schnee süßkartoffel habe ich in die kiste getan welche äh glaub bei mir im haus statt ne grüne oder hier hallo clint ne bei mir im haus aha nein was nein was nein es wird das in auftrag geben ich habe die schon ganz nett achja was hast du in auftrag gegeben äh hake damit das äh felder überhaupt nicht schneller geht oh mann oh mann oh mann noch mal zurück danke schön ich nicht mehr in der wüste war hier oh willst du da hin ja klar bin ich schon da war ich überhaupt da bin ich schon direkt ne geilen Ebene die die schnecken werden hm ich habe direkt ein loch gefunden ok die schnecken werden auch immer mehr ja wir müssen ja noch knurren anbauen ne mhm 147 schnecken wie hoch gehen so ne stecks eigentlich 999 ok ok kann man mal machen ne dann zieh mir aus das war das genau passend fabi mit dem gleichen geräusch wo ich den geist get titlesht hab hm er kann der kann das du, bist du zu hause meb mep 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 eine blau eine blau wann muss denn der komische p earlier Guck mal, Meister. Am Frauenfittens? Würde zu ihm passen. Ja! Quatsch. Er hängt bei Pierre. Das ist ein reiner Zufall, ne? Ja. Aber jetzt fangen die Frauen mit Sport an. Wenn man sich denkt, ach guck ich mal aufs Gag. Jo. Ah ne, hier sind sowieso alle Frauen, ich muss ihr noch alle beschenken. Hab vorher nicht gemacht, ne, am Sonntag. So was macht man noch nicht. Nein! Fabi, der ist ja glaube ich als erstes mit allen Leuten befreundet. Nein. Mit Sicherheit. Sag nicht nein. War schon einer Hartholzfarm? Mach ich gerade. Hast du einen Hartholz für mich übrig? Ne. Ach bitte ey, warum müsst ihr solche Sprüche sagen? Könnt ihr mich nicht mit aufhören? Lass, ich will Robin beschenken. Ja. Hast du einen Hartholz? Dein Hartholz schwenken. Dein Hartholz schwenken. Ja, Fabi. Genau, das ist es nämlich. Wo bist denn du? Beim Hartholz? Ich reite da gerade weg. Komm gerade zu da hin. Richtung starten. Richtung starten. Der wartet hier schon. Okay. Ja, bitteschön. Ja, bitteschön. Mix. Hm. 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 Es war nur Watter. Ja. Was? Die ist wahrscheinlich schon im Laden. Deine Freundin ist arbeiten. Wollte ich eigentlich... Warum wollte ich da nicht reinkommen? Achja. Wäme. Wäme. Oh, nächste Tor. Der kleine sich über Weintrauben freute. Alter, unglaublich. Manch, manch, Weintrauben. Uiuiuiuiui. Ei, 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 ei. Das ist der kleine bestimmt. Ne, sie ist nicht arbeiten, sie ist auch beim Fitness. Hm, war auch. Oh, komm her. Weg mit dir. Weg mit dem Blumenstrauß hinterher. Also ich bin noch nie so hart in der Mine gedroppt, ey. Bleib stehen. Bleib doch stehen. Das waren 10 Stück. Aber bist du jetzt fertig? Ja. Dann werde ich gleich noch das Tod entzünden, dass es morgen sehr stark Wahrscheinlichkeit ist, dass es regnet. Hm. Mal gucken, ob es im Winter überhaupt regnet, ne? Bin gespannt. Ja, das ist ja sowieso meine Bedenken war. Dann werden wir sehen. Mal gucken. Dass es wohl eher schneit, ne? Dann werden wir sehen. Ich weiß nicht, ich muss halt bis nächstes Jahr warten. Voll. Hättest du das nicht eher mit dem Blumenstrauß sagen können? Hab ich doch vorhin schon mal gesagt. Ähm. Ja. Ja? Hab ich nicht mitbekommen. Das hab ich auch bei Abigail gemacht. Achso, ne, das hab ich aber nicht mitbekommen. Dinos, wo hängst du ab, man? Was find ich da? Dinos. Klaffer. Kam gerade vom Spa. Aha. Also wie immer. Alter Seemann, ich guck gerade mal. Ist aber Schnee wohl auch okay. Bemerkung, die alte Seemann wird niemals im Winter auftauchen. Mhm. Es sei denn, ein Regentotem wird benutzt. Ha. Oh cool. Ha. Es war der große Schock gewesen. Niemals. Mhm. Er hat's gesagt. Ey, deswegen hab ich extra geguckt. Hi Robin. So, wen hab ich jetzt noch nicht beschenkt? Kann ich dir nicht sagen. So ist das egal, Willi ist egal. Elliot egal. Für Willi hab ich noch Katzenfische, Frage. Die mach ich irgendwann. Okay. Wenn die Zeit dafür da ist, ne? Ja. Wenn die Zeit reif. Ich weiß gar nicht, ob ich meiner Frau schon Quarz geschenkt hab. Quarz in den Racken ist so. Ich weiß nicht, wenn du mein Nein. Abby. Quarz? Warte, ich steht immer noch vor ihrem Hamster-Käfig. Hamster, Hamster, Hamster. Hey, warum wusstest du, dass ich hungrig bin? Ja, Schatz. Du bist gut, Schatz. So geil, ne? Ja. Ham, 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 ham. Ja, ein violettes Slime-Eye. Yay, yay, yay. Das ist bestimmt wieder so ne behinderte Prozent-Chance oder so. Ah. Guck mal, wer kriegt das denn? Dann lerne. Dann dreht wieder Flash. Auch Kinder kriegen. Weißt du, was der Tipp ist? Mhm. Geht der Spieler vor seinem Ehepartner, dann steigen die Chancen von ihr oder gefragt zu werden, ob sie ein Kind haben wollen. Okay. Ich geh ins Bett. Meiner hat eben schon gesagt, sie ist müde. Ich hab ja eh noch keine Kinderzimmer, so brauch ich noch nicht anfangen. Ja, ist ja auch bald, ne? Na, ich glaub morgen. Na, 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 na. ich weiß aber nicht wo heute dann finde ich gleich noch das tote und weiß weiß auch außer kann dass wir alle drei vorzeitig ins bett gehen müssen könnte sein so regentotem wolkentürmen sich in der ferne meine frau ist noch nicht im bett und es regnet ein weiblicher slimy ist schnell aber ende gelände haben vorher quatsch bekommen von ebby er machen wir nachher weiter wahrscheinlich ja bestimmt hat spaß ihr macht soweit jetzt kommen wir wieder ein bisschen rein ja ich habe keine poste sowieso lesen bringt da eh nix ach so mit den teilraten gehen wir campen in den wäldern um 22 uhr egal so ach so ich komme noch zu euch auf ja habt ihr von meiner frau bekommen guck mal einen an ja schattenviolett als einseln dass supi das wars dann auch hier für die aufnahme bestimmt wer ist immer ein cheater wer ist cheater du so ich weiß dann bis zum nächsten mal tschüss tschüss tschüss